hallo und herzlich willkommen ja ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich warum da keine youtube music ist aber dazu kommen wir gleich denn vorher wollte ich euch noch was sagen und zwar habe ich ja im letzten youtube music video also youtube music 17 habe ich ja ein gewinnspiel veranstaltet doch leider ist sind durch den youtube algorithmus sehr viele youtube kommentare von diesem video verloren gegangen was dazu führt dass nur noch zwei leute quasi daran teilnehmen deswegen würde ich euch bitten wenn ihr da was gewinnen wollt dass ihr bitte entweder nach diesem video oder auch am besten jetzt zu youtube music 17 geht und da noch mal in die kommentare hashtag spotify hashtag gewinnspiel schreibt damit ich weiß dass ihr das gewinnen wollt weil ohne die kommentare kann ich auch keinen gewinner raussuchen und ja am besten macht ihr das dann habt ihr nämlich jetzt noch bis nächste woche mittwoch zeit das müsste der erste februar sein genau bis zum ersten februar habt jetzt noch zeit euch einzutragen und bis dahin hoffe ich werden keine youtube kommentare gelöscht weil so kann man nicht kein gewinnspiel veranstalten und ja dann hoffe ich machte das und dann würde ich sagen fangen wir jetzt mit dem youtube music 18 video an sehen uns beim nächsten mal und bis dahin ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.